Ja, hallo liebes Reifeisen-Team, wir haben uns gedacht, wir möchten euch mal ganz speziell Danke sagen. Und zwar möchten wir euch mal die Gesichter zeigen, die in unseren Projekten drinnen sind und mit ihnen einfach ganz kurz, ganz ein großes Danke für die tolle Unterstützung sagen. Dankeschön. Danke! 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 Dankeschön! Danke! Danke!